Hey, ich bin Buddy Keksfond und ihr seid eingeschaltet habt und mit dabei Floddy und Mie Neifi. Grüße. Selbe Session, es geht immer noch weiter. Ähm, Juhu? Juhu? Brauchen wir einen Prozess? Ja nicht, oder? Hey, gib mir mein Glas zurück. Ich glaube, du fühlst dich gerade wie früher als Kleinkind im Matsch spielen. Äh, ne, weil ich mochte Matsch noch nie, weil das war immer eklig. Ich mag Modder und Matsch mag ich gar nicht. Jetzt überlegen wir mal. Ja, ist egal. Das können wir dann oben machen. So. Äh, es ist dunkel. Schlecht. Oh, Matsch Matsch. Matsch 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 Matsch. Hast du noch Glasflaschen zum Auffüllen, oder? Äh, ich brauch nicht. Alles cool. Ne, ich mein, ob du noch welche hergeben willst. Willst. Da. Hab ich weggeschmissen. Hab's hier wieder aufgesammelt. Äh, ich mach hier mal sauber. Sauber? Brauchst du nicht? Ich mach jetzt eh wieder alles matschig. Nee, ich mein, die Mobs weg. Okay. Wow. Äh. Achso, weil's regnet. Die mögen keinen Regen. So. Ey, wer hat da an meinen Matschblock geschossen? Wo soll das denn hin? War's denn? Draußen, oder? Oder willst du's drinnen? Draußen. Hä, was, wo, was, wo soll hin? Die Superschmelzanlage. Für was? Hä? Zum Einschmelzen, Flotti. Ja. Ein Autosmelter. Ein großer, schneller. Nix mehr. Einfach nur noch in die Truhe reinschmeißen und hinten kommt das fertige Produkt raus. Äh. Könnte Ahnung, wie groß wird so was? Ja. Also... Ich brauch... 30 Blöck Länge und dann... vielleicht so... 15 Blöcke Breite. Okay, groß. Und wie viel Matsch willst du haben? Wir haben jetzt ein Stack... Äh, ich hab grad nur ne Schaufel in der Hand. Hilfe! Äh, wir haben jetzt ein Stack und zwölf Matsch. Das reicht. Das reicht locker. Ja. Aber es kommen gleich noch drei Matsch dazu. Ich denke, hier ist drüben bei den Bienen oder so Richtung, äh... Birkenwald, weil den wollen wir ja echt haben. Hast du den... Aber, also... Wir... 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 Das hier bleibt ja nicht für immer frei. Ja. Aber wir können das natürlich gerne... Gerne da irgendwo hin klöppeln, wenn du willst. Aber wir gehen jetzt erstmal schlafen, weil auf den Scheiß hab ich jetzt hier echt keinen Bock. So. Hast du den Bienenstock mit den zwei Bienen schon platziert? Nee. Das spare ich mir auch noch, weil das Bienenhaus muss ich umbauen. Das werde ich... Das werde ich automatisieren. Ah, sie... Macht wieder ihre polligen Sachen. Sehr gut. Aua. Bin extra drauf stehen geblieben, weil ich mir gedacht hab, okay... Danke, sehr nett. Verbrenn dich. Das ist mein Ben. Meins ist bei Wiesbaden, hab ich gehört. Hä? Muss ich das verstehen? Hä? Kennst du den Spruch nicht? Nee. Wenn du sagst, meins... Sag ich, meins ist bei Wiesbaden. Ach so, ah, ja. Okay, ja. Macht Sinn, ja. Nee, den kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich tu die Glasflaschen wieder weg. Jo. Guck mal, findest du nicht, dass die Hühner hungrig aussehen? Nee. Boah, ha, 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 ha. Gut, 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 gut. So. Ja, dann klöppeln wir das Ding hier hin. Fertig. Hau dir ordentlich rein, meine Miezis. Hab ich noch ne? Habe ich noch ne... Ja, hab ich noch... Bin ich so verarbeitet. Ich nix mehr Schaufel habe. Muss eh nicht, weil das nur das Stück hier ist, was... Wer will, der hat noch nicht... Ich hab noch 30, also kommt her. Ich brauche tatsächlich mal die Matschblöcke, Lu. Die sind oben in der kleinen Truhe. Floddy, holst du die mal? Ja. Ich bin gerade schwer beschäftigt. Ich hab hier gerade ein Steck, was ich an Hühnchen fütter. Und aus jedem wird ein Hühnchen. Was hast du gerade auseinandergenommen? Hier, fress. Wer will, wer hat noch nicht. Ich glaube, es sind die Hühnchen auseinander. Das kann natürlich sein, ja. Was ist das? Ich höre euch vor lauter Hühnchen. Floddy, du machst jetzt hier dran einmal die Matschblöcke. Also so. Ja, ich glaube, das reicht. Dann... Es waren jetzt sieben... Hier auch noch? Sieben zwanzig. Also bis, bis, bis wieder zu der... Einen noch? Ja. Passt. Ich glaube, das reicht. Also... Gut. Dann brauchen wir... Ah, ich wäre eigentlich... Ne, gut. Was soll's. So. Dass man da auch wieder hochkommt. Dann brauchen wir... Oh Gott. Das muss ich jetzt mal selber holen. Ein bisschen... Ein bisschen... Zeug. Und der André... Kartoffeln. Ja, die brauchen wir ja. Wir haben hungrige Dorfbewohner. Ja, ja, das stimmt. Gieriges Volk. Wo hast du... Wo haben wir den Bambus hingepackt eigentlich? Äh, unten, oben, äh, wo? Okay. Ja, es war auf jeden Fall eine Kiste. Ja. Interessant. Ja. Und wir auch. Das ist ganz schlecht. ja okay flotti ja schnappt ihr mal die glücksspitzhacke ja und geneter und bringe mit den quats mit der quats da haben wir nämlich tatsächlich gar nichts alles wertvolle was du bei dir hast einfach weg ja das findet sich relativ gut eigentlich ist das jetzt nicht so tragisch hau ab du kriegst keine kartoffeln von mir haben wir hier nicht noch holz das ist ein bisschen wenig ja gut nee das brauche ich zum bauen das wir jetzt da nicht hernehmen nehmen wir an das sieht quats wie sieht denn quats aus es ist das im nether mit dem also die ganz normalen roten blöcke mit dem weißen streifen hallo schwein ich habe gold ja wir haben nämlich nur zwei hier oben davon das wird nicht ausreichen ja nehme ich doch eher die hier weil das ist ergiebig ne da quats okay habe ich gefunden aber nicht viel wie viel brauchen wir denn ich du hast gesagt 27 hast du platziert oder äh ne also beide streifen warte mal ich habe 20 stück noch über von der bestec also 12 32 dann brauchen wir mindestens 32 ne der quats ok da wird interessant ansichtssache das ist richtig mit der ansichtssache hallo schweinchen das ist egal das ist mal nur temporär so und dann schauen wir mal dass wir das hier in gang kriegen halt halt so ok ha wow für meine verhältnisse ein special jump wahnsinn so dann brauchen wir eine unendliche quelle so die machen wir mal hier also ich hätte noch ein wasser angell gehabt naja gut ne ein und dann füllen wir das einfach mal hier auf und dann haben wir da auch immer wasser das war ein bisschen umständlich aber dann wächst der bambus schneller lu wie weit bist du ich bin hier gleich fertig wenn du runter gehen solltest nimmst du bitte den bambus mit mission erfüllt super äh ok achso das funktioniert auch so ok das wusste ich nicht tatsächlich sooo weizen ist immer gar nicht so viel was man da rauskriegt leider ne wenn es danach geht brauchen wir ja noch vier felder wir werden das äh wir werden das äh bei zeiten auch automatisieren aber eins haben wir anderen weil wo soll ein bambus sein hä hallo wo bist du wo ist bambus weiß ich nicht du hast doch gesagt wir haben welchen achso ja irgendwo ich muss erstmal gucken wo der ist achso das weiß ich doch nicht ich habe ihn aber auch schon gesehen ja irgendwo war ja dass das hier auf fließt das habe ich echt nicht gewusst habe ihn super 35 bambus jetzt haben wir den schmelzen oder einfach so ne dem brauchst du so und dann musst du mir bitte mal äh hoch ich habe viel gold gesammelt ne dem produkt dann brauche ich so ja und wohin jetzt musst du mir bitte genau so viel also 32 ne 32 musst du mir bitte 32 beobachter craften die mache ich was beobachter geh an ne werkbank und gib beobachter ein so das war ein befehl ja genau ich muss kann ich das oh warte ich brauche bruchstein mach dir keinen kopf ich weiß auch nicht was da meine oh unsere kekse gehen zur neiger der schreit nach kekse bruchstein bruchstein so dann brauche ich noch 32 ich weiß dass das voll verschwenderisch ist wie ich das jetzt wahrscheinlich machen werde aber das ist mir wurscht weil so funktioniert es auf jeden fall ich habe keinen bock da fünf mal umzubauen ich bin halt auch nicht der redstone profi weil es ist mit mir da oben muss ich sagen ich denke ach dieser fluss nervt mich so so gut so viel hätte ich nicht gebraucht aber obwohl dann wäre ja noch ne trichter oben und so äh ja gut das ist mauer 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 So, ein bisschen Essen haben wir. Einmal eine Bergbank. Einmal eine Buch. Ich höre sie schon, doppelt. Danke. So. Da kannst du die mal reinpacken. Brauchst du den Bambus oben? Ja. Ich bringe ihn. Das ist mal ein bisschen... Ich habe ein paar zu viele gemacht. Oh nein, es ist dunkel. So. Da ist er in der Kiste. Danke. Ich muss jetzt erstmal einen vorbauen, damit ich mir das angucken kann. Ah, Mist. Kann mal... Hat einer zufällig Cleanstone im... Ja, ist wurscht. Nein. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Boah, scheiß Spinne. Boah, scheiß Spinne. Oder zwei. Oder zwei. So. Zack. Dann ein... Vamos. Und so. Und dann mal gucken. Eins, zwei, drei. Uff. Vier, fünf. Vier, 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 vier. Ah. Das ist echt schmerzen. Wenn ich da runterfalle, ist das nicht so geil. Achso, ha ha ha. Stimmt, das war ja mal umgekehrt. So. Dann. Lass mich raten, der Beobachter schaltet den Pisten ein, wenn der Bambus hoch genug ist. Richtig. Ein Beobachter erkennt praktisch, wenn sich ein Blockzustand verändert. Also ich muss das Signal dann nur noch runterleiten. Mhm. Das Problem ist nur, wie machen wir die Wand? Weil wir haben im Grunde, ich glaube wir haben nicht mal Glowstone oder sowas. Das wäre natürlich dann schlecht. Weil wir müssen da... So, ich bin gleich wieder da. Junge. Äh. Nee. Das heißt, äh... Floddy. Mhm. Wir gehen gleich nochmal, wenn ich oben alles abgeladen hab, zu zweit in Neter. Ja. Wir müssen nämlich Glowstone organisen. So. Zombie. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist gut. Das ist ein guter Pion. Das ist gut. Das ist guter Pionier. Ich habe meine Haltbarkeit, denke ich, vom Schutzhacke dabei nicht geglückt, ne? Ja, das passt. Du meinst Behutsamkeit? Ja. Ja, das passt eh ganz gut, weil dann können wir die Glowstone-Blöcke direkt abbauen. Wobei natürlich Pilzlichter auch super wären, aber da bräuchte man eine Hacke. Warte mal, ich hole uns mal zwei Haken. Pilzlichter sehen tatsächlich sogar besser aus. 1, 2, 1, 2. So. Außerdem müssen wir da nicht durch die Walachei laufen. Das passt auch ganz gut. So. Achso, das ist ein kleines. Okay. Ein großes hat hier auch rum. Da. Und damit kannst du die... Boah, was ist mit dir? Verpiss dich. Die hier super abbauen. Die Pilze oder was, die hier rumstehen? Nee, nicht die Pilze. Die Pilzlichter. Das, was da oben ist. Achso. Oh. Das muss man ja wissen. Ja. Die machen ein schönes Licht und die sehen auf jeden Fall mal besser aus als Glowstone. So. Die brauchen wir? Ich habe zwei. Ja, wir brauchen so viele, wie wir Schlamm platziert haben. Ah, okay. Weil ich möchte unter, unter jedem Block einsetzen. Ja. Ja. Okay. Das war... Konnt. Ich möchte hier echt so kurz wie möglich bleiben, wenn ich ehrlich bin. so. Ich habe neun. Ich hab dreizehn. So. Da noch. So, ich bin zurück. Okay. Musste Miezi versorgen. Wer macht sowas? Also nicht Miezi, sondern tiefe Löcher graben. Ich habe nichts gemacht, ich war unschuldig. Jaja, das sagen sie alle. So. Ah, ist das lecker. Hä? Was? Sag nicht Schein. Blaubeersaft. Nein, Blaubeersaft und das mit Fanta, äh mit White. Okay. Interessante Mischung. Und dann kommt eigentlich, tust du dann alles in einem, äh, oder eigentlich nimmst du Blaubeersaft, Eiswürfel und Gin, machst das in so einem Shaker, shakes das alles schön fluffig, locker, was auch immer und gibst das dann in ein Cocktailglas mit, äh, äh, Blaubeeren drinnen und, äh, gibst dann die Spur White dazu. Hm. Und ich trinke das gerade aber alkoholfrei. Ist ja langweilig. Ja, hallo. Ich hab übrigens 16. Ich habe 25. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Wo seid ihr, was macht ihr? Wir müssen, wir sind im Nähter. Aua. Geh mir nicht auf den... Klingt nach vorne. Ja. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Das klingt nach vorne. Das ist super. Das kann im Nähter auch gleich passieren, ja. Ja, gut. Fällt natürlich alles in die... Nee, fällt nicht alles in die Lava. Ich hab's gesehen. Okay, da ist Lou. Wo geht's zurück, Lou? Hier. Hä, hier runter. Ah, ja. Ich bin ja gerade erst durchgekommen. 28, reicht das jetzt aus? Mit deinen? Nee, wir brauchen 34. Hä? Und das heißt? Ja, wie viele hast du? 16. Ja, ich hab 28. Ja, dann reicht das. Äh, ne. So. Bloß weg, hä. Durchgeschoben, sehr gut. Schieb mich doch nicht durch. Durchgeschoben. Schon wieder, sag mal. Ja, ist das geil. Hahaha. So. Okay. Aus was machen wir die Rückwand? Das ist ja rotes Zeug. Keine Ahnung. Aber Lou hat wieder Zeug mitgehen. Das wächst auf einmal ganz plötzlich. Lou hat wieder Zeug mitgehen lassen. Mhm. Das heißt hier wieder. Trauerraten. Das klingt ja so, als wenn ich das ständig mache. Dann hole ich davon noch was. Und dann muss ich mal unten irgendwas suchen, was ich da als Rückwand mache. Das ist ja so. Das ist ja so. Außer ihr habt natürlich Ideen. Habt ihr Ideen? Nein. Hm. Ich finde, es sollte auf jeden Fall in dem Stil von dem Bienenhaus passen. Äh, das Bienenhaus wird nochmal anders. Und das ist drin. Also, es ist die Rückwand innen. Das siehst du von außen nicht, was ich jetzt... Ist es dann nicht egal? Machst halt so steinig verschieden, wie du es immer machst. Was haben wir denn hier noch? Weißt du was? Dann machen wir das dunkel und fertig. Ach so. Ich könnte es natürlich auch einfach umwohnen. Burschel. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Und zwar in... Ja, hier haben wir mit dem. Eines Tages werde ich den Eingang schöner machen. Eines Tages vielleicht. Ich sehe gerade auf der Seite habe ich sogar was vergessen. Ah ja, ich bin mit der Seite noch gar nicht fertig, sehe ich ja jetzt gerade. Ach. Cool. Und da habe ich das Gefühl, ich bin mit der Seite. Ich komme mit dem Eingang schöner. Ich bin mit dem Eingang schöner. Und da habe ich das Gefühl, ich bin mit der Seite vertre kuatlet.